Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Zurzeit ist das Angebot an knackigen und gesunden Salat bei Coop ganz besonders gross. Gerade zur Richtung also zu einem leichten Sommerznacht oder als passende Beilage zu einer Grillade. Verschiedene Produkte, die jeden Salat noch besser machen, offeriert Ihnen Coop jetzt übrigens zum Aktionspreis. Der Charakter oder eben die Rasse von einer Salatsauce wird weitgehend vom Essig bestimmt. Darum gibt es bei Coop für jeden Geschmack eben den entsprechenden Picanta-Essig. Je nach Sorten wird für die Essigherstellung hauptsächlich reiner Äpfelsaft, gemischter Obstsaft oder Wein verwendet. Dieser Rohstoff wird jetzt Impfessig beigefügt, wo den Alkohol nah und nah in Essigsäure umwandelt. So entsteht ein hochwertiger Essig, das vom Picanta-Kellermeister vorm Abzapfen auf seinen kalten Aromastoff kontrolliert wird. Während dem mehrwöchigen Reifenprozess im Tanklager wird der Picanta-Essig zum Beispiel mit Zitronen, mit Honig oder mit frischen Krütteln angereichert, bevor er dann in die Flasche abgefüllt wird. Und wir wünschen Ihnen jetzt noch ein paar schöne Sommerabendungen. Zum Schluss zeigen wir Ihnen noch die wichtigsten Coop-Angebote. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop ein Liter Coop-Mineralwasser statt 50 Krabben nur 35 Krabben. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag Schweizer Eier aus Bodenhaltung in der Sechserpackung statt 240 Krabben nur 1,90 Krabben. Alphonse-Lavalet-Trauben per Kilo nur 2 Franken. Hier noch ein interessanter Preisabschlag. Ein Liter Coop-Citro oder Coop-Citro-Light kostet nur noch 65 Krabben. Auf Wiedersehen!